Patricia, Marlon und Andreas. Ich mache mich da bitte auch schon mal die Gruppe 3 bereit. Die Gruppe 3 zur technischen Abnahme. Vorsicht, Eingang start, Zielgerade. Vorsicht mit dem Täpik. Nach dem wieder gerade. Jan, in der Mitte. Danke. So, schauen wir mal kurz auf die Reihenfolge. Es führt Sven vor Florian und Jan. Jetzt hat die Patrizio auf Platz 3 vorgeschoben. Alles noch sehr, sehr eng zusammen. Das ist gut. Peter und Koch. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.